Willkommen zurück nach Deutschland und wir schauen ins Saarland, denn dort gab es ein spektakuläres Naturspektakel, sehr selten in Deutschland, aber tatsächlich hat sich dort in einem Dorf ein Tornado ereignet und die Schäden, die sind tatsächlich extrem. 50 Häuser sind zum Teil schwer beschädigt worden. Es beginnt harmlos mit Wind und Regen. Plötzlich entwickelt sich ein Tornado. Spitzengeschwindigkeit 250 Kilometer pro Stunde. Szenen wie aus einem Actionfilm. Die Schäden in Urexweiler im Saarland sind riesig. Das Ganze hat sich langsam entwickelt mit einem umgestürzten Baum, aber innerhalb kürzester Zeit sind die Notrufe an der Leitstelle in Saarbrücken übergelaufen. Die größten Schäden haben wir im Landkreis St. Gwendel hier im Ortsteil Urexweiler. Dort sind mehrere Straßenzüge betroffen mit abgedeckten Dächern, abgeknickte Bäume, Stromausfall, großflächig. Mehr als 50 Häuser sind zerstört oder beschädigt. Das Unwetter kam von jetzt auf gleich. Es dauerte nur wenige Sekunden. Plötzlich die Bäume, die gehen einfach ganz schnell und plötzlich flieht alles weg, Fenster kracht innen und ich erschrecke nur, ich weiß nicht, was ich mache soll. Der war schon heftig gewesen und ich glaube fünf Minuten später haben die Bäume, was ich als Haus geschaut habe, die Bäume schon fast gelegen. Hin am Haus, alles weg, Bäume, Waldnisbaum, Apfelbaum, Tannenbaum weggefallen und hier beim Nachbarn sind die Garage total weg. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Derzeit wird geprüft, ob Häuser unbewohnbar sind. Dächer werden provisorisch abgesichert. Bei all der Zerstörung gibt es aber auch gute Nachrichten. Zum Glück können wir aktuell im Sachstand keine Verletzten zu beklagen, was letzten Endes ja auch nur wirklich ein glücklicher Umstand ist, wenn man diese ganzen Schäden hier vor Ort sieht. Gemeinsam wird jetzt in Urexweiler angepackt. Einen Sturm solcher Ausmaße hat es hier zuvor noch nicht gegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017